ja 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 erst mal treten ich bin tot wie du bist tot aber du hast ja die superwaffe das geht ja jetzt so gut dann muss ich ja wohl wieder deinen arsch retten ja mein leben ist auch gerade nicht so ich weiß immer gar nicht was ich würde mich ja gerne heilen können guckt doch in der option ja dann kann ich kurz noch ein chip essen ein schimmer die noch nicht sehr locker da steht das gar nicht gut kann man sich überhaupt teilen ja ich kann es ja jetzt mal lieber mit dem controller gespielt was ja nee weil ich kenne die über das inventar geht das dann macht seit darüber aber es halt scheißen umständlich kampf nicht vom vorteil jetzt da auch irgendwie ist ja irgendwie gar nichts wo geht es denn dahin zentrale warte hat er da wo es braucht irgendetwas auch gar nichts wir müssen in den kackraum müssen wir reingehen in den kackraum steht da oben drüber jetzt auf jeden fall wieder zeug ich nehme halt einfach irgendwie die sachen mit ne keine ahnung altmetall medipack mittel nehme ich auch mit ja medipack habe ich genügend halbleiter hast du mitgenommen halbleiter ja war da irgendwie oh was ist das denn sehe aus dem kino oder uniraum ähm was oh 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 hinter dir hinter dir wieso greift der nur dich an und nicht mich hinter dir hinter dir hinter dir was soll ich machen ja du hast die super waffen du musst ja jetzt schließlich dafür sorgen dass es dass wir hier sicher durchkommen dann bist du meine augen scarf artefakt ja was hab ich getan mit kuh heil ich mich nice das ist eine nice sache ein nice oh ja zack dann geh mal rein da ah ja da ist was am fenster das ist scheiße das ist scheiße ich kann nicht die ganze zeit hintereinander schießen ich kann nicht die ganze zeit hintereinander schießen das ist scheiße ich glaube dann laufe ich erstmal mit der kleinen hier rum äh was 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 halbleiter überall zeug das finde ich eigentlich gut was ist denn hier verriegelt ich sage wir kommen wir bestimmt noch mal wieder 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 ja ein textlock oh hilfe hilfe das versteht mich wo kam der auf einmal er ist tot upgrade hier ist ein upgrade drin falls du es noch nicht gefunden hast ich habe plus 1 feuerrate war das richtig genau ja ok dann hier das verriegelt glaube ich ne ok ja dann hier rein ja ach so das ist ein leiter ich glaube die haben ein paar probleme und ich kann hier nicht runter gehen hä bist du zu fett ich komm schon ich hab meinen Ofen Käse heute noch nicht gegessen nein ja manche leute nennen es Massephase andere leute nennen es Ofen Käse essen ja sonst drücke LS starten und landen oh hä hier sind wir schwerelos schwerelos durch das alle freiner ist fett ein N-Wandler N-Wandler was bei mir war Munition da drin alles ist ekelhaft alles ist ekelhaft alles ist ekelhaft oh mein Gott ja du tötest sie ne habe ich gehört wenn ich die treffe gerne oh die schießen irgendwas rechts ist auch irgendwas Alter wie ekelhaft ist das denn das ist ja ekelhaft ist immer noch nicht tot jetzt ich weiß nicht es greift mich nicht mehr an gut da unten ist noch eins ne scheiß wie scheiß hier fliegt eine Box was 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 ich glaube das ist keine zum öffnen aber wir können gar nicht schlagen wenn wir am Fliegen sind ok nicht ohja scheint nicht oh hier ist eine startstation gut ja wie nutze ich die Du bist, glaube ich, voll, oder? Oder? Ich weiß nicht, ich habe Stasi in der letzten Zeit nicht genutzt, weil ich nicht weiß, welche Taste ich dafür machen muss. Du solltest dich vielleicht auch mal wieder heilen. Ach so, ja. Du leuchtest so ein bisschen rot. So, kledern wir mal den Puff hier hoch. Das lange Ding. Das lange, lange Ding. Warum musst du ja immer alles da mit öffnen, Mann. Ja, vor allem, er könnte es ja einfach mit der Hand machen, ne? Es ist zu schwer. Er braucht Hilfswerkzeuge. Ich guck mich mal um. Ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für Sie öffnen. Was ist mit Ihnen? Hier gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Alice Kompass. Oh, was haben wir denn hier? Ich glaube, ich habe... Hä? Hä? Runter. Ich glaube, du musst da oben das machen. Ach so. Oh. Ich glaube, ja. Oh, da kommt was. Oh, oh, oh. Hinter dir, hinter dir. Ach so. Ich glaube, ja. Da hinten. Doch, 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 doch. Aja, ii. Es hat sich ein... Es ist mutiert. Oh mein Gott. Warum ist es so schnell? Oh, naja. Tod? Alles, Roger? Was ist hier? Ektas EN-Wandler. Heilung. Sehr viel Heilung. Ich komme. Gomme? Ich komme. Hier können wir nicht durch. Hä? Müssen wir hier nix machen? Hier müssen wir irgendwas machen. Aber was? Hä? Müssen wir drausschießen? Das zeigt auf jeden Fall hier drauf. Ach so. Ach guck mal, hier auch. Was denn? Ja, hier will ich das Strom herstellen. Oh. Aha. Ich wette, es kommen noch mehr Gegner. Guck mal, wir haben Strom, da haben wir nicht. Wir haben uns Rechnung bezahlt. Ja. Oh, hört sich nach Gegnern an. Meinst du? Irgendwie schon, ja. Irgendwie passiert jetzt gerade nix. Machen wir das nächste Mal auch. Ist ja nichts hier gerade. Okay. Die Tesla-Spulen anwerfen. So. Oh, 15.000 Euro bezahlt. Da kommt was. Oh, da kommt zwei. Hi. Nachladen. Ach, das sind Axttypen. Hi, das dingotiert sich wieder. Tot, tot, tot. Na ja. Verdammte Axt. Jetzt aber. Jetzt leuchtet das blau. Guck mal. Sieht gut aus. Halten. Halten? Ach so. Was machen wir jetzt? Oh, wir können uns wieder bewegen. Oh! Hä? Irgendwo! Da oben! Hä? Was? Oh Gott! Ist es tot? Oh! Hinter dir! Ah! Ihhh! Oh! Falscht das! Oh mein Gott! Hä? Komplett! Was ist das? Du hast mich nicht gerettet! Ich habe das Vieh abgeschossen die ganze Zeit! Oh! Hä? Hast du wieder die? Au! Achso, ich dachte wir müssen wieder die Strom herstellen. Habe ich auch gedacht. Alter! Dreckige Hunde! Damnder Axt, ey! Was sind das auch für Scheißfiecher? Und jetzt, was haben wir jetzt davon? Na! Weiter gehen! Wohin? Hier lang! Ach da! Ja, hier ist noch was! Jetzt zieh auf! So ein kleines Medi... Achso! Ja, du humpelst ein bisschen! Achso! Ich hab auch wieder... Du hast es doch die ganze Zeit auf deinem Rücken! Wie kannst du das nicht sehen? Ja, ich weiß auch nicht. Kannst du mal. Da steht in Bearbeitung. Ja. Ah. Hä? Was soll die Scheiße? Die Anzeige war in Bearbeitung. Futs. Sieht mein Inventar aus. Ah, ja. Ja. Ah, Ressourcen steht da rechts. Wolfram habe ich gerade. Weil es einfach dieses Somat geämpft ist. Total Product Placement. Hä? Ist das nicht der Russe vom Anfang? Der uns erschossen hat? Ja. Ja, ja. Ja. Da ist es. Ja. Und das hier ist deine Fassung. Und das gleiche Dägen an, wo die da ist. Okay, wir müssen die Dägen verpfiffen. Nein, noch nicht. Nein, wir müssen den Marken fassen. Die Uhr endet am Fassier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Marker geboten. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Ganz überlasst, Altair kann man übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Markel, du Tante. Und los geht's. Kümmer du dich in deine Kürze. Doch. Und du wirst gar nicht gefragt anscheinend. Auch gut. Ja, total. Das ist immer total nett hier. Hier liegt überall Zeug rum. Das hier drinnen. Oh ja, das wird jetzt drin gelassen. Auf jeden Fall. Oh, hier ist wieder so eine Station. Ja, hier liegen auch Teile dafür rum. Ach so, dann sollte ich... Das mal, Kärn habe ich eingesammelt gerade. Dann sollte ich hier erstmal die... Hä? Ich will hier raus. Ja, ich habe das Tutorial neu gestartet. Gut. Gut. Waffen herstellen. Waffen Upgrades. Das sieht ja voll heile hier eigentlich aus. Also verhältnismäßig. Teuerrate. Kosten. Ach, Wolfram braucht man dafür. Müsst du es auch als Chemikant wissen. Dass ich damit eine Waffe herstelle. Alles klar. Da haben wir Pläne? Waffen Pläne? Ach. Nö. Wir brauchen einen Rahmen. Aber die vorhandenen Waffe kann man schon bearbeiten irgendwie. Plasma Kern kann ich da jetzt dran machen. Ach so, wer kann auch Munitionspacks herstellen? Upgrade Platine. Okay. Also ich konnte jetzt nur an die eine Waffe einfach einen Plasma Kern anschließen. Ja. Ja, es dürfte zumindest besser sein, oder? Ich denke mal. Ach so, da macht man die eine Waffe dann einfach nur zum Schneiden. Ach so, nee. Das ist ja gar nicht besser. Ah, nee, nee, nee. Also ich habe es jetzt an dieses kleine MG dran getan. Jetzt kann ich diesen, äh, kann ich entweder normal schießen oder schneiden, oder wie das heißt. Ja. Ach so, ach warte, das könnte ich ja auch klar machen. Jetzt habe ich eine 2 in 1 Waffe im Prinzip gemacht. Unbekannt hat sich in den Schändlein gedacht, okay. Krass. Äh, warte, Drehmanschetten? Nee, du hast Drehmanschettenmodul hast du mit Plasma Kern ersetzt, ne? Äh, ich habe das unten an meinen MG einfach dran gemacht. Ach so. Da war das frei. Ich glaube, wenn du, du machst das wahrscheinlich an deinem Plasma Cutter, oder nicht? Ja, ich habe ja nichts anderes. Ja, dann kannst du wahrscheinlich zwei, wenn du dieses Drehmodul wegtust und den Kern da dran setzt, kannst du wahrscheinlich zweimal auf einmal schießen. Ja, das Ding ist, ich kann halt ermöglichen, das Drehen des oberen Tools um 90 Grad, ist das wichtig? Eigentlich nicht unbedingt. Ja gut, dann nehme ich halt den Plasma Key anstattdessen. Ich denke mal, das kommt auf die Gegner drauf an, die wir treffen. Ja, wird schon gut sein, wird schon gut sein, wie wir das hier so machen. Ich habe ja sowieso meine OP-Waffe hier. Ja, ja, das ist, erwarte ich ja jetzt auch, dass das bis zum Ende so bleibt. Hoffentlich, hoffentlich. Aber das ist cool, muss ich sagen. Das ist nice. Ja, jetzt hast du zwei Stück da dran. Ah, ah. Geil. Ja, mit dieser Waffe habe ich halt noch nie geschossen, ne? Die ist halt strong as fuck. Ja, ich nehme mal die Pistole. As fuck. Gut. Ich muss mal sagen, noch ein Fahrstuhl. Ey, dieses Spiel besteht nur aus Fahrstühlen. Eigentlich schon, ne? Sehr leid. Es passiert im Moment so viel. Also noch? Ja. Oder schon wieder schnell. Ende der Welt steht zuvor. Wie den Toren. Verdammt nicht. Ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, du darfst nicht bezahlen. Ich bin auch nicht kaputt genug. Oh, ich glaub. Ich glaube. Alles gut bei dir. Ich hab dir so die Brühe raus. Ich glaub, du hast den Fahrstuhl kaputt gemacht. Stopp. Alles. Ich weiß nicht. Fahren wir weiter? Nee. Bei mir ist doch alles normal. Oh. Tschüss. Oh. Das ist die Mutter von Drachen. Alter. Das ist Ramona. Ramona. Schieß auf die Ekleiter, Pickel. Oh, hier. Wieder die Scheiß runter. Oh, nee. Runter. Schnell. Jawohl. Ja, geil. Oh, scheiße. Kaputt damit. Jawohl. Ähm. Was wollen wir hier drüben? Nichts. Kuscheln. Ja, geil. So. Und runter. Ah. Oh, mein Gott. Hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Ich schieße. Halt dich. Halt dich. Ich hab doch drei Dinger. Halt dich. Halt dich. Halt dich. Halt dich. Noch eins. Die andere Waffe. Alter, das zerfetzt der, die Waffe. Jetzt lauter Zeug. Ich will das einsammeln. Ja, bei mir sind nur Medi-Packs. Das sammle ich nicht mehr ein. So, okay. Weiter geht's. Irgendwo hört hier denn noch was. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Boah, weggefetzt. Da hinten ist noch so ein Stromding. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Oh, scheiße. Oh, Gott, das ist gefährlich. Ich glaub, das Ding. Alter, armrecht. Ich sag dir, die Mutter geht gleich aber rechts los. Uff. Tschüss, Ramona. Okay, können wir das aktivieren? Nee. Können wir hier rüber? Wir müssen hier rein. Oh, scheiße. Alter. Alles klar. Müssen wir hier rein? Ja. Ach so, ich kann jetzt irgendwie mit der Leerzaste aufschießen. Das macht dann so eine andere Schussart. Oh, ich hab eher gedacht, dass du zwei auf einmal schießt. Okay. Nee, ich kann, wenn ich rechts klick und dann, also wenn ich ziehle und dann links klick, dann schieße ich nochmal und mit einem anderen schieße ich irgendwie anders. Das ist auch nicht schlecht. Okay. 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 Ich bin da rausgefunden. Ach so. Ach so, wo denn? Ach da. Oh, wie schnell. Hä? Wie kann ich nochmal? Ach so. Oh. 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 Ich bin zu schnell geflogen. Ich glaube, du sollst es nicht, wie du Stasi benutzt. Oder warte, bis ich das mache. Oh, hast du rausgefunden? Ja, wie Stasi geht, weiß ich. Aber ich bin einfach zu schnell geflogen. Ich dachte, ich komme da durch. Alles klar. Was ist mit dir? Alter, das ist so geil. Altmetall. Ich glaube, wir müssen hier durch, ne? Gehen wir mal rein in den Puff. Aha. Hier noch Sachen. Jetzt aber rein, wir haben einen Tisch. Erstmal dir auf den Tisch. Schon wieder Aufzug. Ist das ein Aufzug? Nö. Oh mein Gott, hält der hier? Oh, Alter. Noch einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Von wo die auch immer kommen, Mann. Alter, das ist aber schon hart. Hier ist noch ein bisschen Zeug, Altmetall. Ja auch. Soll ich den ganzen Tag herumstehen? Oh mein Gott. Hey. Wenn Sie sich schämen, nach dem Weg zu fragen. Folgen Sie einfach diesem Weg. Nicht kaputt. Alter, hier liegt viel Altmetall rum, ne? Warum habe ich hier hinten nichts? Warum findest du hier Sachen, aber ich nicht? Ey, was ist das? Aktivieren. Ach so. Oh nein, kein Rätsel. Oh nee. Was ist das? Hä? 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 Ist das so einfach? Loll? Lell. Hä? Alles klar. Hä, das war doch jetzt für den Arsch, ey. Das hätten die sich aber aufsparen können, ne? Das ist aber nur, damit sie in die Beschreibung reinpacken können, anspruchsvolle Rätsel. Ja. Das ist ja noch schwieriger als das Zahnradrätsel, Mann. Beim Drachen. Ich glaube, der hätte hier gescheitert. Mhm. Oh. Aber Hauptsache wieder Aufzug fahren, Mann. Aber hallo. Da hat man noch gar nicht ein Dead Space gehabt. Irgendwie nicht. Gute Abwechslung. Ich warte noch darauf, dass wir in einem Aufzug mal angegriffen werden. Das wäre doch mal geil. Warum ist hier ein Hirschkopf? Aber das ist doch schön. Ja. Passt auf jeden Fall zu einer Raumstation, ne? Ja, klar. Da ist ne Leiche. Das bleibt doch so. Keine Angst, ich hab dich schon erschossen. Oh oh. Ich hab dich schon erschossen. Ein Schlüssel, wofür? Hey, ein Schlüssel, wofür? Irgendeine, eine Maschine. Sie glaubte wohl, dass sie den Marker steuert. Wie ein Gamm. Sie wollte sie abschalten. Das schlüsse ich immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Es ist ein Planet, eine. Wir haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Die Heimat, aha. Okay, wir sammeln uns im Kontrollraum. Von dort aus planen wir unsere nächsten Schritte. So. Schlüssel hab ich schon gefunden hier. Hab ich alle. Für alle Planeten. Alle am Bund. Wunderbar. Gut. Dann können wir das Spiel ja auch eigentlich spenden, ne? Ja. Würde ich auch sagen. Ich glaube, mit dem Witzen hab ich damals schon mal vor Lens gebracht. Nice. Jetzt wieder Zeug. Audio Nachrichten. Verdammt. Verdammt, na, Schlächer. Wir müssen ja wieder raus. Was steht denn da? You are, äh. Pirate. Pirate. Piss, gas. Fuck, murlz. Guck mal, ich hab die Weinflasche zerschossen. Gut. Was auch immer die dir getan hat. Ja, die hat mich besoffen gemacht. Hey, Aufzug fahren. Boah, geil. Keine Chance. Wenn wir diesen Schatten finden, machen wir hier die Wiege. Herr Tumpf, Robert, wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurückkönnen. So, um das so scheint, das Schöpfer unsere einzige Chance. Wo ist das? Im größten Schiff der Welt.